Das hier ist unser Versandzentrum. Wir verschicken Produkte jeder Größe mit Lieferung am selben Tag. Wirklich jede Größe? Na, da kann sich ein gewisser jemand die zwei Blocks Fußmarsch zu seiner Wohnung sparen. Oh, hier gibt's sogar Puffreis als Proviant, falls man Hunger kriegt. Schmeckt besser, als ich gedacht hab. Ja.